Oh, meine maximalen Lebenspunkte haben sich aber auch erhöht. Ja, wie viel hast du jetzt? Von 340.000. Jo. Hatte ich vorhin nicht nur 230.000? Nein, du hattest irgendwas mit 300.000. Okay. Also nur 300.000 und nicht 340. Ich bin gerade leicht verwirrt. Na gut. Was wollen wir jetzt nochmal machen? Joa. Ist mir irgendwie relativ egal. Wir könnten eigentlich auch irgendwie noch, ja, eine Aufgabe oder einen Einsatz nochmal wiederholen oder noch eine höhere Schwierigkeit halt. Das ist alles. Jetzt können wir uns die Abwürfer von den anderen kreilen. Ähm. Ich habe eine Idee. Wie wäre es mit oben mit Übergriffen? Gestohlenes Signal. Äh. Wenn ich das schon spielen kann. Nee, aber... Warte, ich kann das nicht. Warte, ich habe da auch genau noch nicht da gewesen. Das ist jetzt mit DRC erforderlich und wird mit Stufe 30 freigestaltet. Wird nichts. Oh, schade. Ähm. Bereit einzudringen. Fertigmachen. Der Schlange wurde der Kopf abgeschlagen. Bei Übergriffen hätte man jetzt relativ viele XP noch bekommen. Und da wäre halt auch richtig guter Loot eigentlich bei gewesen. Ähm. Was geht sonst noch? Meine Frage. Wie viele, ähm, Erfahrungspunkte brauchst du bis zum nächsten Level? Oder wie findet man das nochmal raus? Warte, ich kann mal gucken. Ich kann gerade fragen. Wie findet man das überhaupt daraus? Äh. 225.000 habe ich und ich brauche 290.000. Okay. Naja. Sonst, äh, guck einfach, ob du irgendwelche Nebenmissionen hier oben, vor allem im oberen Gebiet hier abschließen kannst. Och, Mann. Ja, die bringen immerhin immer wieder 90.000 oder so. Hiernebeneinsätze. Ja, teilweise schon. 85.000. Ja, 85.000, 90.000 ist auch fast dasselbe. Kannst du dich da... Ach, nee. Ach, warum ist die Blitzreise denn gespäert? Kannst du dich zum Safehouse da neben, unter der... Neben... Unter dem Nebeneinsatz teleportieren? Warst du da noch nicht? Nee, the Cry-A-T. Äh, the Crypt. Ja, dasselbe. Ja, dasselbe. So, kannst du zu mir teleportieren. Und du, Team Crank, wie geht's dir? Gut und selbst. Können Sie nichts kaufen. Ja, ja. So, ähm... Nacht. Ja. Nacht. Jetzt muss ich nur noch finden, wo ich meine Position wieder auffüllen kann In jedem x-beliebigen Safehouse. Ja, ich finde ihn. Ja, hier. Ich steh direkt daneben. Thomas hat jetzt schon 100.000 Schaden pro Sekunde. Exotisch? Was ist denn stärker? High-End oder exotisch? Kommt immer drauf an. Mal ist High-End stärker, mal ist exotisch stärker. Es kommt auch teilweise auf den Geschmack an, wie man es gerne hat. Oh. Was ich nur die Warlord halt gerade, weil das meiner Meinung nach gerade das Beste ist, was ich habe. Kommst du mit? Oder umgibt es Division-Tech? Ah ne, das ist in einer Dingszone. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Dark Zone. Ja. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen was verkaufen. Wissen Sie was? Sie brauchen das hier! Wo ist denn der? Händler? Äh, vielleicht John, vielleicht, äh, guck ich, komm ich gleich nach. Ach, Mann, ich muss zwei Bosse killen. Ich wette, ich habe alles zu tun. Ich wette, das fehlt wieder gar nichts, weil die entweder viel zu hoch sind oder sonst was. Ach, war es für dich zu stark? Das kann doch gar nicht sein. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich bin schon tot. Ein Agent aus ihrem Team ist getroffen und braucht Unterstützung. Junge. Und nur weil die Leader sind, heißt das nicht, dass sie Bosse sind. Ja, nein, die, da stand oben links sogar. Ach so. Dass ich die killen soll und wie viel Leben die haben und sowas. Ja, bin gleich da. Ja, ich gucke dir zu. Glauben Sie mir, das war... Reisen zu Toten verbindet nicht möglich. Ja, ja. Ich bin ja auch tot und hab dir grad zugeguckt. Okay, wonach suchen Sie? Wartest du jetzt darauf, dass ich zu dir komme, oder? Ja, nein, ich kann grad nicht neu starten, irgendwie. Hm. Ja, warte, dann... Jetzt bist du auf neu gestartet, oder? Ja, jetzt. Da weiß wohl jemand nicht, wann er aufhören sollte. Wir haben erfahren, dass ein LMB Sergeant mit dem Namen Moseley ein Mann vor den Augen seiner Familie erschossen hat. Sowas sollte nicht im Raum stehen bleiben. Jemand sollte ein Exempel statuieren, bevor Moseleys Freunde anfangen, ihn nachzuhaben. Und da kommen sie ins Spiel. Äh, wo bist du? Äh, ich... ja, ich komm grad. Ah, ich hab grad mit dem Sniper eigentlich einen ganz guten Job gemacht. alter ja kein problem, nur leider sehe ich den hier nicht, weil da zu viel fucking schnee da ist ja dieses licht ist so schlimm so jetzt habe ich ihn ich muss einfach raten wo sein kopf ist, das ist so behindert kann man das sonst in den grafik einstellungen runterstellen das licht weiß ich gerade nicht aber mir ist auch übel hell, das tut schon fast in den augen weh so schlimm war es bei mir jetzt nicht ich sollte vielleicht nicht direkt neben den gegner hinspringen so lange ich den kopf erkennen kann ist alles gut, dann kann ich schießen den ersten haben wir, den habe ich den bereich sichern ist alles tot oder nicht? ja das ist erfüllt, jetzt ist der dritte dran es kommen irgendwann zwei nebenbosse und ein hauptboss quasi das waren die zwei nebenbosse aber warte kurz, nicht dahin gehen schwein ohne angekommen den die der die 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 Granatu! So. Scheiße. Hm? Oh Gott! Mann! Ah, ich mach dem so wenig Schaden. Also ich mach den normal Schaden, aber der hat so fucking viele Leben. So, weißt du, ich renne jetzt auf den Zoo mit meiner Warlord. Perfekt. Ja, geil, ich hab's. Ich bin jetzt 26. Es ist für alle sicherer. Ähm. Dann holst du mal dein gutes Zeug aus. Ja, bin ich grad dabei. Wenn wir das Signal wieder herstellen wollen, müssen wir eine Verbindung zu... Was war das? Alle runter, sofort! Das verkaufe ich lieber. Irgendein Nebenbisschen können wir auch im Safehouse direkt hier abgeben, ne? Wie, hä? Im Safehouse gibt's ne Nebenmission, die können wir abgeben. Ja, können wir gleich hier machen. Sie betreten einen sicheren Bereich. Wohl mach ich mal kurz, äh... So. Wenn sich die Lage beruhigt hat, sollten sie bei mir nach einem Job fragen. Ich könnte hier mal 85.000 EP. Du auch, ne? Was? Muss ich gleich gucken. Ich bin nämlich grad noch am Sachen wechseln. Ähm. Ich glaube... Ich glaube, ich habe das nicht bekommen Okay Ähm, wo ist denn der Waffen her? Ne, mein Satz abgeschlossen 48.000 xp Nice Ja, du meinst 84.000 oder? Ja, 58.000 Oh, hier gibt es noch voll viele Sachen, die ich noch nicht aufgehoben habe Wie, äh, Sammelobjekte Du brauchst Handys oder wie? Genau Du brauchst eine Art, auch vermisste Agenten und so Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich Ähm Ja Done Bah Ja Ah Ahhhh Jo, jetzt hab ich schon 160.000 Leben Oh, wer ist weg? Wegst von dir Ich liest da! die nur auf leben geht und wo du ein übel viel leben hast aber fast gar keinen schaden macht so warst du noch mal gibt es eigentlich auch rüstung die einfach nur auf leben ist oder ja das ist so ähnlich wie was ich gerade habe also diese rüstung ist fast nur auf leben noch extra mods und so und wenn du die ja mal auf youtube gibt es glaube ich auch von diesem latan nomaden troll rüstung oder so was hat das glaube ich genannt data diese nomaden rüstung genommen und nur auf leben getrimmt und daher ist ein einzelteam reingegangen und konnte halt alle paar minuten als ich gratis wiederbeleben und hatte halt noch diesen skill drin dass ich selbst wiederbeleben kann und ist und er wurde halt von teilweise von leuten irgendwie angegriffen und er ist die ganze wenig schaden abbekommen da er ja halt richtig hier vielleicht noch mal links machen in zwei können wir machen oder direkt bei mir ist auch noch neben einsatz können wir auch machen also das ist mir relativ egal ich dachte ich suche mir jetzt erstmal hier ein paar drohnen und so weiter zusammen sag mal bescheid wenn du da bist und dann teleporte mich zu dir ok ich bin direkt davor gut dann ich glaube die ich mir jetzt sein auch nicht alles war so knapp fast hat mich die gegner erwischt und dann hätte ich mich nicht mehr zu dir teleportieren können ich muss den nachschub verteidigen ja verteidigung ist doch einfach normalerweise Warnung! Ware wird beschossen! Hä? Wom ist da hoch? Was sind die diesen LMP-Leuten los? Was sind die LMP-Leuten los? Wir müssen es nur an einem Ort Wir müssen es nur an einem Ort Ja wusste...weiß ich aber ich dachte das wäre hier unten jetzt wo ich direkt da war Ja, aber nicht um meiner Nachbarschaft nicht! Sind sie da noch ein Dörtchen mitreden? 3.450 XP einfach Ich würde dafür 300 bekommen So Warnung! Ein Treffen der Gegner Danke, dass ich mich verstecken kann. Warte, ich will doch erstmal die hier holen. Jo, ich hab noch ein paar Leben. So, perfekt. Ja, rollen. Rollen. So. So, Mann. Ich kapiert, ich hab so einen Pfeil, den kann ich auf den Boden schießen. Dann werde ich eigentlich geheilt. Manchmal funktioniert er nicht. Manchmal doch. Und so. Hm. Ich kann mir gleich mal einmal vorlesen, was ich hier für denkst. Ich glaube, der vorne nimmt wieder irgendwas Schaden. Komm, snipe die alle weg. Könnte ich probieren. Hallo. Mann. Ganz eklig. Pumpkin. Nicht meins. Nein. Oh. Ich freue mich genau, uns zu schützen. Ja. Von hinten kommt ein Schack, ne? Ah, ja. Seh ich auch, aber... Schieß mich jetzt nicht an. Ja, der ist dumm. Eintreffende Gegner. Ich hatte irgendwann noch eine Sch... äh... Ein Kugel im Magazin. Der hat zum Glück getroffen. Äh... Hier oben bei der Baustelle wieder. Kletter. Kletter. Rechts noch einer. Oh. Ja. Überall sind welche. role in den. Eman Moment hoch! Ich glaube, er war nicht mal kurz hier. Usain. Egal wie gut du regeltst. Äh... Usain Boat. Ui... Der kann doch flachen. ja man das auch hinter uns 27 perfekt morgen hast du auch zeit oder schon ok da werde ich morgen spätestens level 30 mein plan hier gegner vier headshots vier kopf schütze schüsse 4976 kannst du mir folgen da ist noch nehmensatz und krank was machst du die ganze zeit nicht willkommen von hinten danke dafür hinter dir ja ich weiß das war da hat die seine fähigkeit schon leben gerettet zum schlussfall was nein hätte ich auch so geschafft ja moin was ist das für ein gegen hat Ja, moin, hast du meinen Typen gesehen? Der ist aber auch gesprungen, so ein Flummi. Das hab ich grad nicht gesehen. Das sind meine Leute. Das ist meine Stadt. Wir nehmen es zurück.